So Leute, ich mach gerade wieder. Das ist ungefähr die 40. Version von dem Video. Und die sind nicht besonders toll, die wir machen, die Videos. Also überlegt mal, müssen wir den Beitrag erfüllen, wenn wir jetzt richtig gute Videos machen. Ich wollte ja wieder eigentlich meinen Trailer machen, aber der ist im Budget nicht drinnen. Und mein Kameramann, Produzent und Regisseur Heike. Na ja, was soll ich sagen. Wie gesagt, das sind 40. Version in einem jährlichen Sinn. Hartlich stimmt. Wir machen Sport. Letzte Krauseeinheit. Haben hoffentlich letzten Wunder, wie gesagt. Wir machen Climbers, die kennt ihr schon. Ihr geht in den Liegestütz. Und jetzt schön dynamisch den Fuß neben die Hand aufsetzt. So 30 bis 50 wiederholen. Wir ziehen da einfach mal durch. Kriegen wir das Herz-Kleiser-System schön hoch. Und dann direkt danach, wir wollen ja, wie gesagt, für die Planke üben. Geht ihr in die seitliche Planke. Und haltet die. Und hier guckt wirklich, dass ihr eine gerade bildet. Macht die Profis unter euch. Also macht das wieder bis zum Versagen. Die Profis können dann direkt in die andere Seite wechseln. Die Einsteiger machen erst mal nur eine Seite. Atmen dann eine Minute durch. Und gehen dann quasi wieder in die Climbers. Und machen nach den Seitenabclimbers die andere Seite. Okay. Und dann guckt ihr halt, wie gesagt, dass ihr immer so ein Minütchen Pause habt. Und 5 bis 15 durchgehen. Viel Spaß. Bis gleich. Ich lasse weiter. Bis zum nächsten Mal.